Nächstes. Das gibt's doch nicht. Zack. Einmal dran vorbei. Und los geht's. Oh, der fährt auch wieder ein vollbekifftes Wichsgürtchen. So. Mein Auto funktioniert nicht mehr richtig. Wieso wohl? Na, dann wollen wir das mal. Dieses Dreckschwein in die endlose Kluft. Das muss einmal aus dem Umfang. So. Oh Mann, habt ihr alle keine Geduld, ihr verkackten Ruhensöhne. Ja, aber ich habe einen Jungen. Bitte einmal befragen. Er ist abgehauen, ne, weil er nicht zahlen wollte. Bitte mitnehmen, ja. Und Dankeschön. So, jetzt hoffe ich mal, dass irgendwas Spannendes passiert. Das habt ihr nicht gesehen. So. No. It's not my job. Ich will was auch nicht machen. Können die mal irgendwo Terroristenanschläge sein, oder, oder. Och, jetzt reicht's. Ja, da bin ich dabei. Einmal durchfahren. Hier. Blaulicht dann und los. Äh, 9,340. Wanner am Start. Bitte. Ende. Und das haben wir bei Nacht wieder. Kriege ich immer die geilen Aufträge bei Nacht. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier erwarten wird, ehrlich gesagt. Äh. Ich hoffe mal, nichts Böses. Er auf war Burka. Er fährt weg. Er fährt weg. Er fährt weg. Ah. Oh ne, jetzt fährt er schon wieder weg hier. Anhalten. Ich streite das aus dem Fenster. Ich bin so ein Mann der tausend Worte. Ach, muss ich jetzt echt hier... Ach. Was? Assistance needed in... Mirror Park. Each units respawn code 3. Was? Was ist das? Was war der jetzt los? Auf einmal verfolgt mich der Motorradfahrer mit ner Knarre. Hä? Was? 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 sie ok so ich leist mir nur aus und schuldigung aufgott dafür wollte ich jetzt nicht war ich darf mal eigentlich sorry ich werde leider mit mir reden ist das hier neidweider ich brauche einen new car erstmal bevor ich hier in auftrag annehme mehr hier hoch so komplett die lösen die lösen nehm ich an aber ich brauche erstmal ein auto nehm ich nicht das auto nehm ich nicht das auto das ist ja das was ist denn hier schon wieder los für eine kranke scheiße ach du heiliger das ist ja unfassbar okay naja dann wollen wir mal schauen irgendwas mit kriminell irgendwas terrorist all nein 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 hier drecksschweine doch das auto mal richtig hin hier bloß keiner durchkommt macht ihr da einfach dass hier kein auto durch macht ihr das ja du dankeschön sagt viel das ist aber nicht wie per der auftrag war cool wenn ich den noch nicht ganz brillant gemacht habe er war cool ich habe mich dringelassen ich nehme an ich bin ein stehen bleiben du hast es nicht so gewollt bitch du hast es so gewollt jetzt muss ich erst mal hier so aufstellen fickt euch doch sag mal seid ihr dreiste wichser ne tut mir leid seid ihr dreist wichser ich warte jetzt erst mal auf den leichen wagen hier alter schwede uch da geht es ja noch weiter da geht es ja noch weiter was ist denn da los ja da ist pdf air oh da ist doch was ist hier los in der folge das gefühl nur ballerei richtig geil alles gut haben wir das was heute in der folge los ist also ich habe das gefühl jetzt in der folge ist viel geballer und all sowas und haben wir das wirklich haben wir das terroristenanschlag ich wurde getötet also mehr kann man auch nicht erwarten von dem spiel auf 13 wir at the little coffee shop around the corner dispatch calling unit 1 lincoln 18 we have a traffic alert for a grand theft oh gott ist das ne berg anfahrende straße oh mann mir nase ich bin dabei code 939 ist unterwegs jetzt die am vorfahrt Welp. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. Proof with caution. The last one is. They heard the story again. The story is a story. We can talk to her with the cops. The situation will not seem so far.